Aber wenn jemand gerettet ist, das richtige Evangelium glaubt, was ist der nächste Schritt? Viertens, wir glauben an die Taufe von Gläubigen durch Untertauchen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir lehnen Besprengen, Begießen und die Taufe im Namen Jesu allein ab. Wir glauben an die Taufe von Gläubigen durch Untertauchen. In Matthäus Kapitel 28 Vers 19 heißt es, in dem berühmten Vers Matthäus 28 Vers 19, Die Bibel gibt uns den Befehl, neue Christen zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, wir werden gerettet durch den Glauben allein. Und dann sind wir gerettet, dann haben wir ewiges Leben, natürlich ohne unbedingt getauft zu sein. Aber was sollte optimalerweise der nächste Schritt sein, wenn jemand gerettet ist? Dass er getauft wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was zeigt die Taufe an? Die Taufe ist natürlich ein Symbol. Durch die Taufe, dadurch, dass wir unter das Wasser gehen. Nicht, dass wir ein paar Tropfen auf den Kopf bekommen, sondern dass wir unter das Wasser gehen. Dadurch zeigen wir an, Jesus ist für uns gestorben. Und wir sind mit Christus gestorben. Dann kommen wir aus dem Wasser herauf, genauso wie Jesus aus dem Grab auferstanden ist. So wurden wir eben auch auferweckt. So haben wir eben auch neues Leben bekommen durch den Glauben. Also zum einen ist das Symbol, zum anderen geht es darum, dass wir mit der Taufe anfangen, Jesus Christus nachzufolgen. Gott in diesem Leben zu gehorchen, im Geist zu wandeln, in einem neuen Leben zu wandeln. Wir haben ewiges Leben, wir sind gerettet, wir kommen so oder so in den Himmel, Taufe hin oder her. Aber wir wollen dann auch in einem neuen Leben wandeln. Auch Jesus Christus nachfolgen. Schlagt Römer Kapitel 6, Vers 4 auf. Römer Kapitel 6, Vers 4. Das heißt in Römer Kapitel 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also zunächst mal heißt es hier, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Seit wann wirft man ein paar Steine oder einem nur ein bisschen Erde auf den Sarg, wenn man jemanden begrabt? Der Sarg, der kommt ganz unter die Erde. Genauso gehen wir auch hier ganz unter Wasser. Diese angebliche Taufe in der evangelischen, katholischen Kirche ist keine Taufe. Ich meine, hier ist das Ding. Wie werden wir gerettet? Durch den Glauben allein, nicht wahr? Nicht durch unsere Werke. Und die Taufe ist ein gutes Werk. Wir werden durch den Glauben allein gerettet. Wir müssen uns nicht taufen lassen. Also bei der Taufe geht es natürlich hauptsächlich um die Symbolik. Und dass wir optimalerweise, nachdem wir gerettet wurden, den ersten Gehorsamsschritt im Glauben tun. Und anfangen, Jesus Christus nachzufolgen. Bei der Taufe geht es hauptsächlich um die Symbolik. Wenn es also um die Symbolik geht, und man dann die Symbolik einfach komplett auf den Kopf stellt, und jemanden einfach nur ein bisschen besprenkelt mit Wasser, dann ist das keine Taufe. Was hat das mit einer Taufe zu tun? Seit wann wird jemand einfach nur ein bisschen mit ein paar Stücken Erde beworfen, sein Sarg, wenn er begraben wird? Das macht keinen Sinn. Das ist kein Begräbnis. Deswegen gehen wir eben ganz unter Wasser. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe und den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten aufgeweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also wir fangen an, in einem neuen Leben zu wandeln, Jesus nachzufolgen, optimalerweise mit der Taufe. Nun, natürlich ist diese Welt nicht perfekt, und in vielen Teilen der Erde gibt es nicht genug Kirchen, wo das richtige Evangelium gelehrt wird, tatsächliche Kirchen in den Augen Gottes, sodass jemand, der gerettet wurde, auch immer gleich danach sofort getauft werden kann. Natürlich sollte dann derjenige nicht warten, damit zum Beispiel Seelengewinn zu gehen. Aber optimalerweise ist es eben so wie in der Apostelgeschichte, wo es heißt in der Apostelgeschichte 18, Vers 36, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er antwortete so eine Sprache, ich glaube, dass Jesus Christus sein und Gottes ist. Und er wird eben direkt getauft. Er wurde gerettet, hat das Evangelium geglaubt, und wird eben direkt danach getauft. Das ist natürlich der Optimalfall. Optimalfall. Dieser Optimalfall wird nicht immer eintreten, das sollte dich nicht davon abhalten, trotzdem, so gut du kannst, eben Jesus Christus nachzufolgen, natürlich, und Seelengewinn zu gehen, die Bibel zu lesen und so weiter. Aber eigentlich sollte die Taufe der erste Gehorsamsschritt sein. Und genauso wie Christus eben durch die Herrlichkeit des Vaters, Römer 6, Vers 4, aus den Toten aufgeweckt worden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Aber hier ist das Ding, ein Baby kann schlecht in einem neuen Leben wandeln. Es hat noch nicht mal laufen gelernt. Wie soll es dann Jesus Christus nachfolgen und Seelengewinn gehen und so weiter? Das macht keinen Sinn. Aber das, was die katholische Kirche macht, das, was die evangelische Kirche macht, dass sie Babys taufen. Wie behindert ist das denn? Wir glauben viertens eben an die Taufe von Gläubigen durch Untertauchen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was ist die Einschränkung? Was hindert mich getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Ein Baby kann nicht glauben. Ein Baby kann das kognitiv noch gar nicht verstehen überhaupt, worum es geht. Mal ganz davon abgesehen, dass Babys natürlich nicht der Errettung bedürfen. Babys sind weder verloren noch gerettet, sondern Babys kommen ganz einfach so in den Himmel. Sie sind ohne Sünde. Ja, das Sie brauchen nicht das Evangelium. Irgendwann wird das Kleinkind dann natürlich fähig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Es sündigt und es braucht Errettung. Und wenn es gerettet ist, ja, dann sollte sich das Kind natürlich taufen lassen, wenn es an den Namen des Herrn Jesus Christus glaubt. es macht keinen Sinn, Babys zu taufen. Überraschung. Schlagt Lukas Kapitel 23 auf. Lukas Kapitel 23, Vers 42. Lukas Kapitel 23, Vers 42. Da sagt die Bibel, und er sprach zu Jesus, das ist der Dieb am Kreuz, naja, der Dieb am Kreuz, der gerettet wurde. Lukas Kapitel 23, Vers 42. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, warte, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Dieb am Kreuz, was hat er getan? Er hat an Jesus Christus geglaubt, hat den Namen des Herrn angerufen, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Was sagt Jesus? Oh, du bist nicht getauft. Nein, was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet. Aber was sollte dann der nächste Schritt sein? Dass wir uns taufen lassen. Dass wir anfangen, im Geist zu wandeln, im neuen Leben zu wandeln, Jesus Christus nachzufolgen. Und wir sehen das sogar bei Jesus Christus selbst. Wann hat er seinen Dienst begonnen, das Evangelium zu verkündigen? Er hat seinen Dienst begonnen, nachdem er getauft war. Das war der Beginn seines Dienstes. Und der Himmel hat sich ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigung auf ihn kommen. Und siehe, es kam eine Stimme vom Himmel, die sprach, dieses mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wurde er eben vom Teufel versucht, in die Wüste geführt und so weiter. Dann heißt es, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes eben anfing, das Evangelium zu predigen. Die Taufe sollte der Beginn unseres Dienstes für Gott sein. Denn hey, es ist toll, gerettet zu sein, in den Himmel zu kommen, aber wir wollen dieses Leben natürlich nicht verschwenden. Wir wollen auch Jesus Christus nachfolgen.